Herzlich Willkommen Freunde hier zu diesem neuen Video und zwar soll es heute kurz um den Merchandise Shop gehen und zwar habe ich den jetzt gerade online verfügbar gemacht. Das Ganze findet ihr in der Videobeschreibung, das ist der erste Link und so sieht das ganze Design aus und ihr seht schon, da steht nicht irgendwie FIFA Allstars oder so drauf, da steht High Hopes drauf, ja, mit meinem Gründungsdatum drunter noch und ich wollte einfach, dass man nicht direkt erkennt, dass das ein Merchandise ist, sondern dass das wirklich so ist, dass ihr das T-Shirt auch eben in der Freizeit anziehen könnt, dass ihr die Schule gehen könnt damit, dass ihr damit ins Schwimmbad fahren könnt, ins Kino feiern gehen, ihr könnt damit wirklich alles machen, es ist ein sehr, sehr schlichtes Design, aber ich habe mir echt Mühe gegeben, dass das Ganze auch ganz cool aussieht, es ist einfach hier auf der Brust High Hopes drauf mit einem, ja, mit ein bisschen so einem Kästchen rundherum würde ich sagen, also ich habe mir da echt Mühe gegeben, dass es ganz cool aussieht und ich finde es sieht gut aus, also ich habe auch viele andere gefragt, ein bisschen da mir Meinungen eingeholt und ich muss ehrlich sagen, das Feedback war zu 100% positiv, ich habe da wenig Kritik bekommen und die Kritik, die ich bekommen habe, die habe ich auch dann versucht, mehr oder weniger umzusetzen und das ist jetzt eben das fertige Design, ich hoffe, es gefällt euch, mir gefällt es extrem und ja, falls ich da den einen oder anderen mit diesem T-Shirt auf der Gamescom treffe, das wäre, das wäre einfach nur absolut krank, da würde ich mich extrem freuen. Ich sitze hier gerade so am Schnitt des Videos und komme drauf, dass ich komplett vergessen habe, bei euch zu sagen, dass ihr 15% Rabatt bekommt in den ersten zwei Wochen. Also, falls ihr euch den Merch sowieso gönnen wollt, dann macht das wirklich in den ersten zwei Wochen, ihr bekommt wirklich 15% Willkommensrabatt, das wollte ich euch unbedingt noch sagen. Ich hoffe, euch gefällt das Design, wenn ja, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, Feedback einfach in die Kommentare rein, der erste Link in der Beschreibung führt euch zum Shop, wie gesagt, wenn ihr auf der Gamescom damit aufkreuzt, dann seid ihr einfach die absoluten Kings für mich. Ach ja Leute, falls ihr euch den Merch gönnt, verlinkt mich auf jeden Fall auf Instagram, ich werde das Bild dann safe liken und ja, wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Video, das Stream wieder, habt immer high hopes und ciao!